Es heißt wieder was lernen, etwas mitnehmen von der, in Anführungszeichen, neuen Hereford-Karte und damit hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Der Buck tanzt aus der Reihe. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Wer war zuerst? Der Hahn oder das Ei? Das Huhn. Da, böse Typ, Vigil. Oh oh, da kommst du nicht raus. Da ist eine rote Wand. Oh, Kastl haben sie. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Jetzt wollte ich gerade meine Drohne nachladen. Hab R gedrückt. Was machen die denn da auf? Eierärsche. Ah, jetzt habe ich kein dickes Visier. Oh, der Wäsche ist quasi dahinter oben. Da sind oben. Ja, so. Guck mal, ob der, ob der auf meine Füße schießt. Oh, die Böse ist nützlich. Ich geh mit der Brunnen rein. Ich geh mit der Brunnen rein. Anwalt. Sprengladung einsatzbereit. Ich scanne. Wachsam bleiben. Werfe eine Spülterkanal. Ich mach mal die nahe Treppe hier. Alibi steht im Telegramm. Ich bin selbst rausgegangen. Die hat es versucht. Hier ist im Nebenraum nichts. Okay. Unter dir. Nein. Das gibt es nicht. Die sind auch links im Raum. Dankeschön. Ich hab den einen Scherber. Ja, muss doch nicht. Links, also bei der Tür oder was? Hm. Naja, hinten im Raum. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ist rein jemand? Ist da rein? Was passiert? Eine blöde Größe. Passt gar nicht rein. Passt nicht rein. Das ist fies. Wir sind beide im Raum. Beide nach unten. Die Kamera hat mich, glaube ich, noch gesehen. Kurz warten. Dann darfst du ihn nicht. Ach so, stimmt. Ich darf nicht rein. So, ich hab nix mehr. Hab mir das alles oben verballert. Komm ich nicht mehr rein. Aufschlagen. Wollte ich sehen, dass man... Ja. Vielleicht kommt jemand von außen. Danke. Hätte man doch eine Sprengleidung aufbehalten sollen. Aufschlagen. 2 5 6 4 5 6 10 7 100 den bereich sichern die bomben weiter schützen hier haben wir eine außenwand abstand halten die gegner haben eine bombe lokalisiert kamera ja gleich kaputt die haben noch und taggepi Ah, ist das Nomad? Nee. Doch. Taggepi Nomad IQ. Ja, wir sehen uns da oben. Schön dunkel. Oh. So nicht. EMP-Mann haben sie noch. Ohne habe ich. Bei mir am Außenfenster ist nur einer. Nomad am gelben Ping. Lade nach! Nomad ist am gelben Ping. Magazin wechselt! Immer noch da hinten. Ach, scheiße, von hinten. Oh man, Leute. Ach, scheiße. Hier robbt jemand. Und gelben Ping ist jemand. Ich fand ich so früh. 30 Sekunden. Ich bin nicht. Ach, nur noch 20 Sekunden. Eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert. Jetzt kann Kastle kommen. Aber Hammer ist dein Hammer eh. Auf deinem Kopf, ja. Kommst du wieder nicht rein? Wir müssen eine Bombe aufschwüren. Ich fahr mal in den Keller. Ganz oben. Ich hab keinen haben sie. Ich brauchst da mal. Ach, dieser blöde Arsch. Da weiß er genau, wohin muss. Ich seh da schon meine Waffe, die ich gar nicht in der Hand halte. Komm, jetzt hat er die Bombe. Ey, endlich beim zweiten Mal reinkommen. Mann, 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 Mann. Die Bombe gefunden, gelang zu ihrer Position und entscharfen sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Nein! Nein! Man kommt vorbeigeschossen, ey Kacke. Oh, mein Fenster ist einer. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Frau Frost räumt hier in beiden Runden ab. Frau Frost räumt an einem Fenster hinter dir. Check. Und dann, ne? Oh! Oh, komm. Oh, komm. Diese Frau Frost, Runde 2 und Runde 3. Jetzt eine S gemacht oder was? Weiß nicht, uns drei hat sie abgeräumt. Weck hoch, jetzt sind es vier. Ich bitte mal bitte jemand Clash. Die Bomben schützen. Placiere Staffeldraht. Zugangssperre scharf gemacht. Störsender standhalten. Störsender, diese Halt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Störsender motivieren. Band ist verstärkt. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden noch. Das ist nach. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Ich lade mein Magazin. Die Maverick. Zugangssperre angebracht. Sondern Sie nur kommen. Am Fenster A-Bombe kommt jemand an. Gelber Pink, salzig. Oben. Deck wird dann ja. Okay. 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 Ach man, was ist denn da? Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Na, jetzt fällt er da runter. Bleiter Arsch, jetzt bringt diese Betäubung ja gar nichts. Also noch einer. Naja, Blackwood ist da oben. Mir ist zu spät. Die wird jetzt gekannt. Nein. Achso. Bei mir im Treppenhaus rennt jemand? Der Mute am Fenster ist einer. Okay. Ach, jawohl. Wollte ich schon sagen. Miner. Blöde Trennwand. Ich werde entdeckt. Ball nicht runter. Was? Ball nicht runter. Ja, er spielt mich zurückgesetzt. Wollte mal durchs Fenster gucken. Ne, das geht nur schief. Was? Beim Stössendermann muss es gewesen sein. Deine Ecke war raus. Mhm. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Wollte mit Yogai vorfahren. Immer noch in der Ecke. Mhm. Links war. Ja, links hat es auch getrampelt. Frau Frost hat ja ganz schön abgesahnt in zwei aufeinanderfolgenden Runden. Leider eben nicht auf unserer Seite zweimal. Aber sie hatte Spaß hier auf Herford. Und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.